Wie ich die Leute bange, Alter. Das kannst du doch einfach machen. Ich will doch einfach schlafen gehen. Ja, Digga, ich hab letztens auch durchgezogen, Digga, bis 2, 3 Uhr, Alter, wo wir gezockt haben. Da hatte ich, oh, musst du am nächsten Tag 8, 7 Uhr aufstehen, Digga, 7 Uhr. Ja, aber da hab ich Bock zu zocken. Ey, Junge. Ich hatte da kein Bock zu zocken, hab trotzdem mit dir gezockt. Cringe, Digga, wir müssen zu gucken. Echt Cringe? Meine Hand kriegt so nach 4, Digga. Der Typ, was ist das für ein Typ, Digga? Christensen Kassu, 12, Digga. Gerade das 12 geworden, vollsichtig, sofort nicht endlich spielen darf. Digga, ich hab einfach angefangen, bei mir ist das Cringe, dass ich, Digga, wo ich, wo Fortnite, also ich hab jetzt 2017 angefangen, ne? Und ich war jetzt 2017 schon 12, das heißt, ich durfte von Anfang an, seitdem Fortnite auskam, schon Fortnite spielen. Du alt, scheiße. Du durftest erst ab 2019. Ah, nee, seitdem 20, nee, seitdem 8 meine ich. Hä, nee. Ab 2019 durftest du erst. Du warst 2019 bis zu 2 geworden, Jens. Ja. Hä? So jung. Ja, Digga, geht einfach so extrem, da wurde ich bei was geboren. Digga, da hab ich, da hab ich, Digga, da hab ich schon, da hab ich, da hab ich schon, äh, andere Tickersdach gelegt, der wurde gerade mal geboren, Digga. Ja, Digga, kann ich nicht so viel zu kater sein. TM-Killers, übelst scheiße eigentlich, voll. Ja. Ich würde sagen, wir könnten jetzt einfach nein. Was? Was soll zu sagen? Break it's 90. Warum? Das heißt, das Spiel ist richtig scheiße. It's great 90. Warum bitte halt was, warum nicht, Mann? Ja, ich glaube nicht. Team, äh, 4. Wo bist du, Digga? Team 4. My best in your best in sind on by the way. Warte, die muss ich nicht so leichter. Ich muss full load schnell machen. My best in your best in sind on by the way. Iain, ready up. Ja. Warte. Nein, nicht schon wieder. Jetzt, jetzt kommen wir ja. Nein, lass das alles. Ich glaube, wir haben ihn. Meine Co-Iain, hallo. Ich bin runtergefallen, Digga. Weil meine Co-Iain mich gedodged hat. Echt so krass, Digga. Dodgen, 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 alter. Digga. Reds, was ist? Die Co-Iain hat mein... Digga, die Co-Iain hat mich runtergeboostet. Jetzt habe ich noch 100 Kugleil-Papier, Digga. Ich muss doch meine Flopper nutzen, Digga. Das war jetzt gestorben mit einem Pfeil-Schaden. Digga. Oh, mal, liegt da jetzt auch los. Wir cracken, wir pushen mit der Pfeil. Ja, hältet mich, Digga. Ja, glaube ich... Ich bin ja immer gedodcht, Digga. Was sind das heute? Ich habe so 100er Punkt, Digga. Und ich habe die Co-Iain, Digga. Ich habe die Mücke nicht. Ich bin sehr fähig. Ich habe meine Pump-Schies nicht. Digga, ich habe die Mücke nicht. Ja, Ian, meine Pump schieß nicht. Ich habe die Co-Iain- Ich habe die Co-Iain bekommen, Digga. Ich habe die Wall bekommen. und da gibt er dann doch weg selbst wieder lieber digga meine pappen schießt er immer nicht auch ihren digga sind städt man wie soll ich in den cup jetzt spielen wenn ich so müde bin ich will ihr weiß wie piste ich bin digga wenn ich es nicht schaffe ich bin kommend am endgame ich geh null auf kills ich bin kommend safe digga du hast kommend geklebt digga das war kein geklebt digga er hat immer noch die kohle nicht hier und du hast noch den moment wieder zurück alles hat geschossen digga und dann hat er die kohle einfach wieder zurückgelöst und du hast das hat freehosein am besten er und hat kein ahnung die cups gespielt oder so weiß gar nicht was kaps hin digga die ganz leute digga in du bist du bist hast du gesehen dass der punk hat gemisst hat irgend naja damit er wird der Führer nicht strafft und nicht schuld und zwar ist dein Pumscher nicht lustiger und zwar wo es einfach nicht reingelaufen ich muss echt lieber spielen warum spiel ich nicht lieber Digga ich spiele einfach lieber jetzt lieber so OP eigentlich ich spiele die aber nie hoppen ich schieße meine Pumscher diesmal, hoppen ich schieße meine fucking Pumscher diesmal Digga doch mal älter ist ja mich, was ist das dumm? ne die hat grüne lieber schon dort 3 3 3 ich hab ne grüne Tag gemacht anstatt ne grüne Verstand Switch to Shotgun AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Digga! eigentlich immer erst Box ab und ja Box ab Heimkasse Baujahre warum fokuss ich ganz glücklich Digger ihr nicht von Täter bleibt weil ich gesagt habe ich bin ja gerade gestorben weil ich getanzt habe ich auch Digger ich glaub da kann ja nicht immer erst mal die Zeit dann steht da Box ab ja und dann kann man Boxen und dann kann man eine Box bauen ich bin live du guckst dem Beispiel mal zu da beim Cup ne wenigstens eine Stunde wenigstens bis 1 komm gönn Yen Yen ja bis 1 ich geh erstmal eine Quarze und dann mach ich die Cut nein du kommst jetzt zu wir spielst du zweit also bist du scheiße ich bin nicht scheiße ich brauch dich gar mit doch eh plus aber ich nicht gar mit nicht ich glaube okay du kommst dann schaust du nicht zu das double key bisschen also ich geh nicht jeden Puschen aber ich geh schon ein paar Puschen auf jeden Fall ich geh nicht jeden Puschen ich geh nicht jeden Puschen ich will hier ein Puschen kommen mit 3 Bills ne ich hab 70 Holz 50 Stein 30 Metall so Yen bis gleich ich geh erstmal eine Quarze und ruhig besorben war vorhin hab ich so viel geraucht jetzt hab ich nur noch einer ne nein bis gleich aua ah bis gleich ich hab noch nen Booster neben mir falls ich geboostet werden muss ich hab noch nen Booster neben mir falls ich geboostet werden muss so bis gleich so bis gleich hä warte mal Digga hä das kann nicht sein hä nein warte mal hä ich bin grad dumm ja in der großen Schachtel war noch ne Kippe drinnen hä ich hab ich hab hier ist meine alte hä Ian ich bin comment brain in der Schachtel die schon längst alle war eigentlich war noch ne Kippe drinnen hä wie geil lol bis gleich warte mal kippe drinnen kippe drinnen kippe drinnen kippe drinnen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ja wirklich für den Besten hier in der Lobby, also ich glaub ich werde die ersten beiden Runden gut spielen können im Cup und dann war's das mit mir dann. Der kann ja nichts machen Digga, keine Ahnung, das ist ja absolut cringe. Back to back win kann ich niemals machen Digga. Das ist halt absolut, keine Ahnung Digga, also wer mich jetzt da wie bekehlen wollte vorhin, der ist ja genau so, genau so. Digga, der Typ will Flickshots auf mich machen. Okay, der Digga. Okay, der Digga. Okay, der Digga. Ist das absolut normal, dass mich jeder vorhin geht oder? Okay, der Digga. Ich check's nicht, ich check's wirklich nicht. Der Typ no-scope mich einfach, der Typ no-scope mich. Ich versteh's nicht Digga. Wer ist der? Hä? Digga, wieso werde ich sowas von GW-Kid? Noch nie in meinem Leben wollte ich so GW-Kid? Noch nie? Digga, ich wollte ja sowas von GW-Kid? Hä? Von allen Digga, von allen Leuten. Wie ist der Typ nochmal Digga? Guck mal was mit, keine Ahnung, da ist er safe top 20 oder so gefühlt, den ich geholt hab vorhin. Hintens ehrlich top 20 ist Digga, weiß ich auch nicht. Top 150, wie viele Points haben die. Ian, ich bin ganz nah dran Digga. Wo bin ich, Digga? Wo bin ich? Wo bin ich? 51, 50 Ich glaube, mein Skills, Digga 598 gerade Jo Gute Placements, Digga, muss ich sagen Ich glaube, das ist 500, Digga Zocker Aber man, no joke, Digga Ich verstehe es nicht Ich wurde noch nie in meinem Leben so gedubble geet Noch nie Digga Ich habe den 1, 2 geholt, Digga Top 5 hätte ich gerne mitgenommen, das wären 2 Points gewesen, glaube ich Aber egal, alles gut, Digga Ich bin Top 1000, das ist schon mal nix, nice Alter Digga, ich wollte noch nie in meinem Leben so gedubble geet, Digga Der Digga hat mich über die ganze Map verfolgt und wollte mich absolut haben Grünstecke einfach veraimt, Mann Das ist auch so schwer mit so einem Ping, was zu treffen, Digga Das ist auch safe, Digga Keine Ahnung, wer das war, Mann Das war der Allerbeste, war das der Aller, Allerbeste Trotzdem, Digga Top 6, übelst nice Das sind eigentlich die big placements Let's go, let's go, weiter geht's, Platz 500, Digga Das ist richtig gut Ich bin so gut dabei Mal wieder ein Cup, der richtig gut läuft, Digga Bis jetzt zumindest Maybe Uncon, ja Richtig Goldene Heavy, Digga Schlechteste anfangs, was ich mal haben kann Aber Heavy, Heavy, äh Geht das überhaupt? Naja, es geht niemals, Digga Ich kann niemals Double Snipen Mit dem Ping Also in das geht, Digga Fress ich im Besen Ja, übelst deckt Keine Ahnung, Digga Wer seid ihr, wer seid ihr Was ja Und die Runde stackt Aber Digga Auch nicht scheiße Ich wurde noch nie so Ich wurde noch nie so Etablockiert Ich hab kein Chumper Aber meint Crashperts Noch ein Chumper, Digga Vorher irgendwie 10 Stöcke habt Oder so, keine Ahnung Ich brauch einfach High Ground Und muss auf Killz gehen So, was heißt Ich muss Ich will auf Killz gehen, Digga Ich hab's ja auch Spaß machen, Digga Aber ich find halt auch keinen, Digga Und dann auch immer spring ich so rum Und dann bin ich der, Digga Ich guck so, wird es halt einfach kommen, Mann Genauso wird es kommen Wie geht ich mich eigentlich schneller Wenn ich Nein, Mann Das wollte ich nicht Ja, ich hätte deswegen gestorben, Digga Ich glaub, ich hätte auch aufgehört Ich glaub halt echt Ach, Mann Warum Jumpt er Ich hätt ihn so snipen können, Mann Aber ich wollte es nicht riskieren Ach, ja Mann Ist ja so ein easy Snipe gewesen Komm, er soll noch mal Er soll noch mal peaken Hab ich mich verraten, Digga Das war nicht gar so die beste Idee, Digga Das war gar keine gute Idee Ich hätt ihn so snipen können, Digga Ich muss Schneller durchziehen, Mann Fieße nur durchziehen Ich brauch mehr Ich brauch mehr Jumpt Pads Viel zum Fick will ich in Slate Gang kommen, Digga Wenn ich keine Pads hab Das war nicht gar nicht Das ist doch der Beste. Das sind alles die besten, Digga. Alles so gut. Und ich puke grad voll hier rum hier. Ich will auf Kills gehen, Digga. Ich finde aber einfach keinen. Auch nicht schlecht. Ich fühle noch nur Dabidokin gemacht. Digga, den Typen da oben. Ich hätte schon mindestens zwei Kills mehr holen können, Digga. Ich hätte einfach mal ein bisschen... Ich habe mal eher geschossen, Digga. Zu viel die würde ich ja da auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Digga, aber für Europa würde ich so Dabidokin gehen, Digga. Aber ich kann halt Europa einfach nicht spielen, Digga. Ich habe noch einen Jumper. Ich habe noch einen Jumper. Das heißt... Ich habe noch einen Jumper. Das heißt... Ich habe noch einen Jumper. Ich bin nicht tot, Digga. Weil ich nichts zu abhauen habe. Das ist halt auch schon wieder extrem krönig. Ich muss eigentlich für den Lootjob gehen, Digga. Ich sehe hier keinen, Digga. Die gammelt doch sehr viel überall und nirgends, Digga. Hundertprozentig. Gammelt hier wieder jeder in jeder Ecke, Alter. Jo, die Zone, Alter. Ich würde mich petter einfach. Ja. Unheil. Gammeln. . Jetzt gehen sie wieder. Wir sind jetzt immer 12, Marschlieferung. Hier will man einen Jumper. Wow. Ne, Guitschle nữa. Gepoppelt. Ich mach nur noch den Metal aufheben, Digga. Ey, Alter. Ich will auf Killz gehen. Den Typen eigentlich. Oh ja, Bro. Sorry. Voll ein schöner Hitschot-Snipe, muss ich mal sagen, Digga. Der hat mir gefallen, der wusste also Partys, Digga. Ich will eigentlich zum Loot gehen, Digga. Ich wollte noch auf den nächsten, ich muss fett pissen, Digga. Die ganze Fida-Cola, Alter. Ich kann mir da hin, Alter. Ich komm halt auf den Ride-Pick, Ride-Pick ist halt so okay. Die mutieren doch selber da rein, oder? Ich komm, Digga. Die Runde könnte wohl drin sein. Die sind zwar alle extrem gut, Digga. Ja, ich muss das Stück. Ich komm, Digga. Ich komm, Digga. Okay. Der Typ hatte Angst. Der hätte ich auch holen können, Digga, aber ist auf jeden Fall Stacker, Digga, ist auf jeden Fall. Der muss selber nach oben gammeln, oder? Ah! Der musste ja... Er sollte mal gucken, wenn er guckt, dann ist gut. Der muss oben rausgucken. Der muss oben rausgucken. Oh, ich glaub das war knapp, Digga. Der muss oben rausgucken. 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 Ich bin safe dead, glaub ich. Oh, ich bin fast. Oh. Oh, ich bin fast. Oh, ich bin fast. Oh, ich bin fast. Nur bis oben rausgucken. So, ich soll jetzt er pückeln. Bin ich nur in der Zone? Die stimmt eigentlich, oder? Das sieht man halt schon direkt. Hä, wurde da aber beamt gerade? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Man kann die Waffe von den Bots holen? Nein, oder? Nee, never digger. Niemals kann man die Waffe von den Bots holen, digger. Als ob man wirklich die Waffe von dem Bots holen kann. Niemals, digger. Wo willst du die Bots töten, digger? Oder... ...Header snipen, oder was? Wieder 6-Rotter. Wieder ein Kill. Selbe Situation wie vorhin. Und 1 wichtige Punkte Gold, diesmal. Ich glaube, ich muss irgendwie... Patten... ...nicht patten... ...und... ...Full Snipes basieren. Und dann bauen. Ich mach den Loot-Shop irgendwie, aber kann ich mir nicht holen. Ich ziehe nicht mehr jetzt. ... 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 Die komische Waffe Hey, wie OP? Hä? Warte mal, what? Ich hab das Turnier getribbelt Hä, wie OP ist das denn? Hä? Ihr, Digger, ich hab das Turnier getribbelt Man kann die Waffe von den Chimera-Dings aufnehmen Einfach Top 3 runter, Digger Was wollt ihr, Jungs? Was wollt ihr? Zwei Runds, Digger, ja, BAM Ich hab jetzt in drei Runden Ich hab drei Runden gespielt, hab zwei davon gewonnen Bis jetzt waren drei Runden zwei gewonnen, Digger Ja, klar, klar Dann fiel Ich bin dein Bestie, dein Bestie, sit down by the fire. Ich bin dein Bestie, dein Bestie, sit down by the fire. Auch zweimal so gut runden, dann bin ich safe, top 10.000. Ich hoffe mal, ich bin nicht contested, Digga, weil dann ist wieder Gott. Ich bin so gut in diesen Turnieren. Von drei Runden war zwei gewonnen. Ich bin so gut, Digga. Ich bin zur Combat, Digga. Läuft der Scheiß überall, Digga. Ja gut, durch Bruni-Test bringt mir eigentlich gar nichts. Ja gut, Digga. Ich finde nicht, es geht immer wieder so. Alter, ich witz so, Digga. Ich witz so. Ich gehe komplett dazu und safe. Ich habe da auch noch mit, Digga. Richtig und richtig. Digga, das ist euch bis jetzt so gut, Digga. Drei Runden, aber zwei gewonnen, Digga. Ich glaube, ich spinne es halt einfach, Jungs. Ich glaube, ich spinne es halt einfach, Jungs. Wo kriegt man die Waffe her, Jungs? Wisst ihr das? Ich kann nicht mehr da reden. Okay. Nice, Kappa. Ich glaube, die Runde werde ich nicht in die Top 10 kommen. Ich will auch Karma's Watching, glaube ich. Aber trotzdem, Digga, ich bin so safe Top 1000, Digga. So war alles gut, Digga. Also ob die Infinity Jump jetzt weg sind. Okay, könnte ich. Nice. Noch ein Jumpet. Ey, es läuft richtig gut, Digga, bis jetzt. Es läuft wirklich richtig gut. Ich bin in der vierten Runde, Digga. 87 Points, wenn ich die gewinne. Nach vier Runden sind wir 100 Points, Digga. Sonst hätte ich mal 97 nach 9 Runden oder so. Keine Ahnung. Die haben schon viel bedacht, Digga. Aber dass wir den Chimera-Strahlern haben sie halt einfach nicht bedacht. Und das ist halt einfach so okay. Wenn du die Waffe hast, Digga, hast du gefühlt schon gewonnen. Das ist halt so okay, Digga. Das ist halt, Digga. Ich hab, Digga, wenn du die Waffe hast, du hast gewonnen. Ich hab einfach gerade nur wegen der Waffe gewonnen. Ich hab zwar nur im Endgame erst bekommen, aber trotzdem, Digga. Das ist ja anders, Digga. Das ist anders, Digga. Ich meine, auch nichts. Das ist einfach eine Schusswaffe in dem One-Shot-Modus, wo jeder, also wirklich jeder One-Shot ist. So wie der Waffe jetzt nicht One-Shot, aber halt trotzdem so. Der, ich hab, du hast 200 Leben, Digga. Oder bist die Moon und holst einfach jeden, Digga. Weil du einfach, egal wo, du kannst einfach rein gehen in den Kämpf, Digga. Egal wer es ist, du kannst einfach fighten, weil du überlebst einfach, Digga. Und hast einfach eine Schusswaffe. Der stellt mir das so krass vor, man. Das ist safe so OP. Aber wo kriegt man die her, Digga? Das weiß ich halt nicht. Wenn ich's wüsste, wir haben ja wohl da. Ich hab kein Heavy-Snipe. Ich glaub mein Heavy-Snipe von in der anderen Runde jetzt gerade ist sogar actually close, weil, keine Ahnung, Digga. Ich hab so ein Gefühl, dass sie close waren. Das ist halt so geil, Digga. Und diese Waffe hast, Digga. Ich hab fast meine Kohlefleisch umgeschmissen, Digga. Fuck. Im Eis geht's gut, Digga, aber manchmal kann's auch schief gehen, Digga. Ich hab jetzt halt noch so ein bisschen Paranoia, Digga, weil ich nicht weiß, wo ich kriege. Und das ist halt immer übelst kündig zu rotieren. Ich will halt aber auch nichts racen, weil das will ich racen, wenn ich gewohnt werde. Und dann geh ich auf den Right-Pick und töte ihn. Und dann passt das, Digga. Auf dem hoch kriegt man die Waffe her. Ich will die Waffe bekommen. Ich such grad einfach nur alles ab, Digga, wegen dieser Waffe. Und wegen Gegner. Ich hab schon zum Beispiel ganz, Digga. Könnt ihr aus Kisten kommen? Ich glaub ja nicht. Das wär ja absolut okay, wenn wir aufs Kisten kommen könnten, einfach. Digga, überall Bücher, das macht mir übelst Angst, Digga. Ich will hier irgendwo einer drin gammelt, damit der was der, Digga. Da wächst ja gar ein Busch gammelt, Mann. Boah, wichtig, 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 Digga. Frag nächste Zone gleich. Ich hab mich nicht drin. Ich darf auch nicht pissen gehen, Digga. Ich hab's zuletzt schon gehabt, wo ich pissen gegangen bin, Digga. Einfach deswegen gestorben. Ah, das ist das Gute eigentlich, Digga. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich alle Runden ausspiele, bin ich so gut dabei, Digga. Und dazu kommt halt auch noch, Digga, dass ich safe, also, dass ich safe, Digga, dann alles zu 100% äh, und auch mal easy einfach kacken kann. Und das hat dann null juckt einfach. Das ist so pissen, Alter. Das ist voll schlimm, Digga. Achso, ja, sind wir noch. Oder 55 Steine gewesen, oder so. Wo ich extrem doll pissen muss, Mann. Puh, muss ich pissen, Mann. Fuck, kann ich nur noch mal gewinnen, dann sieht's richtig gut aus für mich, glaube ich. Achso, weil jetzt, wo ich in der Cone hacke, da gucke ich gleich mal nach, Digga. Fortnite-Tracker. NIE ist... Platz 100 hat gerade 106. Ich bin halt so gut dabei, Digga. Platz 100, 10.000, Digga. Safe. 40 Punkte, keine Ahnung. 55, oha. Aber, Digga, alle schon 10 Matches, oder so. Und da komme ich, Digga, der gerade im vierten ist. Natürlich. Ähm, Top 1000... ...bin ich gerade auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, 82. Drei Matches. Schießen auch so, wie ich denke. Einfach better. Better is fuck, bro. Top... 350. 350. Achso, ich würde eigentlich... ...top 350 gucken. Top 490 Punkte. Top 500 meine ich. Top 200, safe 100. So wie ich. Also... Boah, Digga, ich bin so gut dabei. Äh, ihren Platz 150 hat gerade 98. Ich habe gerade 97. Ich bin... Jetzt, wenn ich so weiterspiele, bin ich Top 150. Da musst du, äh... Da spielen wir nie wieder mit Aaron einfach. Haha, geil. Ich scherze es einfach safe. Null. Jungs, ich hätte einfach pissen gehen können, ne? Jungs, ich hätte gerade pissen gehen können, habe es aber einfach nicht gemacht, Digga. Ja. Und ich habe gerade meine Haare angefasst, Digga. Das sind die extrem, extrem fettig, Digga. Das heißt, ich kann nach der Runde direkt mal Hände waschen gehen, Digga. Das kann ich wirklich machen, das ist extrem, Digga. Wie fettig meine Haare sind durch. Also was ist fertig, Digga? Eigentlich fettig nicht. Das Haargel halt, Digga. Das ist halt übelst krönig. 100 Punkte die Runde mindestens, Digga. Dann bin ich sehr glücklich. Weil ich bin gerade so gut bei Top 200, Digga. Ich bin Top 200. Bro. Das ist halt so extrem lull. Ich kann sogar grappeln, Digga. Ich glaube, da die Range nicht reicht, Digga. Es geht aber nicht. 21, na, wird nix. Wie weiß ich das so. Der hat hier bis da auf jeden Fall nicht im Zone. Ich weiß auch, wo er nicht mehr da lang kommt. Ich muss eigentlich kaum mit auf den Gucken, Digga. Der hat hier kaum mit auf den Baum. Ich glaube, der bleibt nicht drauf, oder? Habt ihr auf den Baum? Habt ihr auf den Baum? Ich werde schon wieder. Ich weiß nicht, ob der Typ weiß, dass ich ihn abgammel. Ich werde ihn halt auf jeden Fall abgammeln, Digga. Na gut, der kann eigentlich sogar in der Höhe bleiben. Next Zone, wichtig, Digga. Wichtig und richtig. Eigentlich will ich jetzt nicht pieken. Wer weiß ja alles auf mich scoped. Meine Fliegen aber auch extrem viele. Ich glaube, der Typ da, Digga. Der auf dem Baum, Digga. Der holt gerade übelst viel, wie er Killed. Hä? Ist er der Beste, oder so? Oder warum holt er jetzt irgendwie jeden? Ja, chillt jetzt auch noch was für auf dem Baum, Digga. Ich komme, Alter. Back-to-back-win nach vier Runden. Drei Runden, drei Runden, Digga. Das ist halt extrem doll, irgendwie. Einfach nach dem Ausland, Digga. Einfach nicht in Europa-Cut gegangen. Okay, der piekt. Ne, der ist safe nicht, Digga. Der kommt da aber auch nicht her, ne? Irgendwann muss ich pissen, Mann. Ich habe vier Pats, das reicht. Ich brauche den Lootjob nicht. Ich brauche den Chimera-Strahler, aber ich glaube, der... Ich weiß nicht, ob das gepatcht wird oder so. Aber ich glaube nicht. Ich frage mich gerade, Digga. Ich will eigentlich noch auf ein paar Kills killen. Ich habe null Kills gerade. Eins, zwei Kills hätte ich gerade schon noch Bock drauf. Aber ich will es dann auch nicht riskieren, weil ich halt auch Plates mit dem will, Digga. Und dafür auch noch, äh... Freiden weg-to-back zu gewinnen. Ich glaube, ich habe einen Punkt noch. Der unswitch ist der auf jeden Fall. Was hätte ich eigentlich schon damit noch bekommen? Ich glaube, ich habe einen Punkt noch. Ich bin mitten in so einem, aber ich wurde gerade übel gerasht. Alter, Digga. Was geht denn bei dem Dude? Was ist denn? Was ist denn so viel, Gott? So viel. Aber warte mal, hier sind sechs Leute noch irgendwo, Digga. Wir müssen noch welche auf dem Baum gammeln. Bei sechs Leuten safe. Ich muss so pissen, Jungs, Mann. Ich muss noch nie so doll pissen, glaube ich. Ich habe noch vier Chum-Hips zum Rotieren, halt. Das ist halt extrem viel, aber... Trotzdem ist halt... viel zu risky für mich. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Heavy Snipe ist immer wieder da. Jungs, einfach nur ein Heavy Snipe. Nein, schade, schade, das war dumm von mir, Jungs, das war extrem dumm von mir, Digga, ich hätte, ich hätte nichts machen können, ich bin dumm, Digga, ich bin extrem dumm, Jungs, ich bin extrem dumm, ich bin extrem dumm, ich bin wirklich extrem dumm, Digga, ich hätte einfach mit Dings gehen können, das war mir irgendwie nicht klar gewesen, ich wollte eigentlich von Anfang an, ah, Digga, schade, ich wollte von Anfang an komplett eigentlich mit Chumet gehen, ich habe es aber nicht gemacht, warum auch immer, Jungs, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Jungs, ich weiß es nicht, 108, ja, barm Junge, 240, okay, Jungs, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hundertfünfzig gewesen Jungs, der wäre ich hier gewesen Jungs, wenn ich den Windgold hätte, aber alles gut Digga, er natürlich wird dran gehen kann halt jetzt, ne lasse ich auch gleich erst, alles gut Digga, hier merkt es hundertachtfreunds, Ja, 240 sind wir gerade Jungs, ist hier so viel PR, wenn es PR geben würde, aber das gibt es leider nicht Ich bin jetzt nur mit dem Besten der Besten drin und das ist halt extrem schwierig jetzt, aber ich bin gerade wieder Top 2 gekommen Item win und ich bin safe drin Digga, ich denke mal ich wäre so, wenn ich das so halten kann wäre krass, oder wenn ich Back-to-Back-Wins holen würde, dann Top-150 kommen würde, weil das Ding ist, wenn ich Top-150 komme, dann, ja, ich bin mit dir wieder im Blau and ich nehme dich spazieren Ufff Let´s go! Blöde, er kommt in die Luft, natürlich. Es wird davor, es hat mir wieder Cola. Ah, ich kann meine Öleisten reinrollen und verkacken. Na, ich hoffe, das hilft nicht. Aber könnte ich. Ich würde mich wieder ausprobieren, weil dann habe ich halt den Match vortreifend, als ich wirklich meine verkackete. Oh, komm, Digga, wenn das eine Anzeige drüben wäre, dann ist es... Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ja, ja, genau das habe ich gerade gesehen. Genau das habe ich gerade gesehen, Digga. Genau das jetzt. Genau dasselbe wie hier. Ich bleibe auch bei ihm schon gerne. Ähm, Jaggerhit. Keine andere Möglichkeit geführt. Richtig, Digga. Cap, Cap. Abfahrt. Den falte ich, Digga. Ich habe gerade Top 9 Dings gar nicht bekommen. Hey, der ist schon 109 Punkte übrigens. Der Typ habe ich, Digga, ich weiß genau, wo ich den outplaye. Ich denke jetzt mal. Ah, ja, ja, natürlich, natürlich. Safe, Digga. Ich bin Flush, ich habe den Bird Drop gehabt. Keine Ahnung. Da ist er noch, Jungs. Seht ihr denn? Und dead. Genau so, Jungs. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich bin ein Mitarbeiter des Monats, Jungs. Ich bin ein Mitarbeiter des Monats. Ich bin ein Mitarbeiter des Monats. Ich habe mich, Alter, verpasst. Ich habe mich, Alter, verpasst. Fucking schlacht, meine Skills, Digga. Ja, wie ich jetzt noch ankomme. Ich werde auf meine Skills, Digga. 111 Punkte. 111 Punkte. 111 Punkte. Wichtig und richtig. Ja, ich schlau... Also, ohne Scheiß. LTM, Digga. Ist absolut, Digga. Ich bin der Beste, glaube ich. 111 Punkte schon. Bladesions Backen gerade rum, deswegen. Ich glaube, Top 50. Kriegt man auch. 112. Sorry, Jungs. Sorry, Jungs. 112 Points habe ich jetzt schon. 113 gleich. 113. Habe halt die ersten 3 Bladesions nicht bekommen, deswegen, Jungs. Nein, das wollte ich wieder nicht, Digga. French. Ich bin jetzt schon... Das ist jetzt schon ein bisschen chilliger, wirklich. Ich habe gar keinen Druck mehr. Also, ob ich überhaupt keinen Druck kann. Ich komme chillen, Digga. Ich habe auch einen Kill gemacht. Pff. Was will ich mehr, Digga? Was will ich mehr? Ich kann nichts mehr wollen, Digga. Und 13 Punkte gleich 114. Ich bin komplett chillen. Komplett chillen. Kein Kick noch. Rein und breit. Das läuft extrem gut. Aber, Digga, ich habe immer nach der fünfte Runde, Digga. Ich spiele gerade die vierte. Ne. Die fünfte spiele ich gerade, Digga. Und schon über die Hälfte Zeit rum, Digga. Das Ding ist halt wirklich, wenn du halt bei so einem Cup bist, ist es halt so viel, Digga. Weil du bist halt so schnell dead. Es ist halt gefühlt... Keine Ahnung. Generell, Digga. Der Cup bockt richtig. Der ist so geil, man. Ich bin jetzt hier erstmal in Top 10 gekommen, Digga. Deswegen bin ich hier so weit oben, Digga. Ich bin fucking auf NA, Digga. Platz 200, man. 114, Jungs. 114. Ich kann mal wieder einen Gegner zu, dass ich es durchbekomme. Jetzt gehen gleich noch die Double Placements los. Das sind so wichtige Punkte, Digga. Die Cup sind so extrem wichtig, ey. Ich fahre auf Dead Zone. Wenn ich hinter mir keinen sehe, gehe ich hoch auf den Berg. Muss nur zwei Minuten, Digga. Ich bin ein High Count halten. Ich gehe ein bisschen offensiver jetzt auf jeden Fall. Aber nicht so greedy. Ich muss ausspielen können. Ich will doch wohl da 50 kommen. Ich bin dann noch die 15 habe ich gerade, Jungs. Ne, 114. Ja, Top. 114 gerade jetzt habe ich 116 116 freunds jungs so nice ich will dich sagen Digga Digga dieses ELF ist halt extrem kündig gefühlt gerade 3 5 5 5 Puh Solange ich jetzt nicht double sniped werde Das passt alles 118 Jungs, 118, nächste Zone auch Es läuft so gut Ich glaube es läuft sogar zu gut für mich gerade Ich glaube Ich glaube das game will halt einfach Digga Dass ich nicht mehr mit AQT Aaron spielen muss Digga Den cringeigen Wichser von nebenan 100 Platz 150 muss ich kommen Wenn ich Platz 153 bin Digga Das wünsche ich Trotzdem wäre ich so gut dabei Wenn ich hätte gedacht Top 1000, Top 2000 Digga Aber der Top 300 zu sein Vielleicht sogar jetzt gerade Top 100 Keine Ahnung, ich weiß nicht Also wenn ich jetzt die Runde Huch Wenn ich jetzt die Runde gewinne Dann bin ich garantiert Garantiert Platz 100 Platz 100 Jetzt verfehle ich noch mehr als sonst Da haben wir den Platz 100 Digga Und ich habe gerade mal 5 mitges gespielt Digga Ich habe jetzt schon mehr Punkte als ich jemals in so einem Modus hatte Digga Nach 5 fucking Runden Ich habe Angst, dass es eigentlich auf mich hartscope die ganze Zeit Das kann halt echt gut möglich sein Aber es wäre eigentlich Künfte Ich sehe, es ist halt kein Künften-Account hier Wo ist der Typ? 120 Jungs Wo ist der Typ? 120 Jungs Der Roten Digga Verkackt Ja Ja, das hätte ja Das hätte ja Das hätte ja nicht sein müssen, Jungs, nicht stolz Das sage ich die ganze Zeit, Jungs Digga Ich glaube Das hat immer noch der Algo da bestimmt knallt Ich glaube, dass der Stichkapp Ja, und der hat es glaubt auch nicht Digga Ich habe es gewusst, Jungs Ich habe es einfach gebrochen Habe ich Das ist irgendein Affe Die ganze Zeit auf mich hartscope Digga Und er macht es halt wirklich Der andere, der geht aufm Rightpeak nach rechts Was geht in den Mist hier? Gar nichts, ne? Die trauen sich alle nicht Die trauen sich alle nicht zu fighten Ich sehe aber auch den Typen nicht Doch, da fliegt er Es sind drei Leute vor mir jetzt Der eine links, der Crashpaddelt Der andere da oben rechts Der andere links hinter mir Chillig Hier Chillig Crappler 8 Impulses Was richtig wichtig ist Und nochmal zwei Chumpets Digga, hätte ich vorhin das Chumet gejustet Dann hätte ich halt gewonnen Hätte ich jetzt, äh Ja, da ist jetzt was 100 Aber Jungs, ich habe gepopelt Hab trotzdem zweimal schon gewonnen Gute Quote Passt Der Ramp den, oder? Ne Ramp der denn? Ich hätte jetzt schon Bock Ja, ja die Waffe Ja die Waffe Jungs Ja die Waffe Ja die Waffe Loll, ich wusste nicht, dass er die Waffe hat Digga Das ist halt sooo dumm mit der Waffe Das ist halt so dumm Digga Ne wirklich, ich bin... Ne Das ist extrem cringe Das ist extrem extrem cringe Das ist so immense cringe Dass ich wegen der Waffe gestorben bin Weil der Typ die Waffe hat Digga Ich hätte ihn nicht... Ich hab's nicht gewusst Digga Ich hätte ihn... Ich hab's wirklich nicht gewusst Das ist halt cringe Das ist halt extrem cringe Bin ich abgerutscht? Muss ich eigentlich Platz 100... Ja, ja bin ich safe Ja Oh mein Gott Digga Ja, alles gut Alles gut Das ist halt extrem extrem Anlage Digga Ja, aber alles schon 910 Matches ist halt Das ist so big für mich Was ist das? Lul, 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 Lul Lul, 10, 5, 8, 6, 10, 7, 7, 10, 4, 8, 7 Ja, ich hab halt... Wenn man mal meine Mail-Statistik anguckt Ich bin grad bestimmt zu Platz 300 würde ich sagen Muss ich irgendwo hier sein Digga Mh... Nö... Das ist halt extrem Anlage Digga Also wirklich... Ja, irgendwo hier bin ich Jungs Ich bin Platz 300 und Platz 400 Digga Boah Digga, der Typ Guck... Du hast hier auch... Uff... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Digga, ich will den Kemala-Kollern, unbedingt, wenn ich den hab, dann hab ich gefühlt gewonnen, weil da kann ich einfach jeden W-King gehen, ich bring einfach in jede Box rein, ich bring in jede Box rein, dann bin ich kommen, dann wird es ein Heiko-Round und dann Noon, und dann bin ich Platz 100, man nennt mich ja nämlich Brainplayer, deswegen guck ich jetzt von hinten auf der Typ, die selbe Taktik macht wie ich, von hinten auf ein Weipig geht, ne, ich war so Weipig, Digga, ich bin doch immer noch gefühlt drunk, Alter, ich hab auch nur Scheiße, Mann. Mach's wahrscheinlich nicht. Ich guck, der's Branded, ich glaub, den geh ich fighten, ich brauch so nen Kemala-Strahler, Mann. Habe ich so nen Drecksstrahler, dann hab ich ja gefühlt gewonnen. Ich glaub's gar nicht nur gefühlt, ich glaub, den hab ich gewonnen. Digga, ich kann halt überall rein springen, der Typ, ich brauch so schnell den, Digga. Ist halt so hochwindig mit dem Teil. Ey, das ist halt, deswegen hab ich ja verloren, Digga, das ist halt schon, schon scheiße, Digga. Aber ich bin jetzt nicht pisst, weil ich hab deswegen auch gewonnen. Vorhin. Ich hab Angst, dass da brüchend, äh, die wir im Buschkämpft. Ja. Ich frag mich halt auch, wo wir die finden. Ich glaub, der will mich ganz schnell weg. Der Typ. Der Typ ist... Der hat kaum mit Eierflattern, Digga. Da ist so... Brüchen gehen tue ich den jetzt nicht, aber, vielleicht lande ich ja. Aber einfach unser Name mach. Ja, aber auch noch ein bisschen. Weil ich jetzt auch einmal all die das gegangen bin Wohl kann man ja nicht all die nennen Ist hier eigentlich auch so zuhören Der Typ ist auf jeden Fall im Busch Unter anderem Stein Ich weiß nicht ob ich es riskieren soll Digga Weil der Typ will halt save da drin so gar mehr auf mich Der Typ ist weg Der Typ ist weg Wenn ich merke, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Der Typ ein Strahl hat, dass der Typ ein Strahl hat. Jungs, Platz 5, das ist halt so krass Alle, Platz 1, Platz 2 9, 9, 9, 10, 10, 8, 5, 4 Ne, nicht 5 Nur 5, 10, 10, 10, 9, 8, 9, 5, 5, 5 10, 7, 7, 7, 8, 10, 9 5, 9, 9, 7, 10 8, 9, 8, 8, 10, 10 6, 7, 10, 10, 8, 9 6, 7, 7, 10, 8 10, 8, 7, 10 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10 6, 6, 6, 7, 10, 9, 9 Die haben alle, alle, alle mehr Matches als ich Wenn ich dann ausbiegen kann, Jungs, dann bin ich Platz 1 gefühlt Klar, ich bin schon ordentlich weit hinten von Platz 1 Im Gegensatz zu Platz 1 Aber what the fuck, das ist so close Das ist einfach nur close Die haben bald keine Matches mehr Und ich habe noch 4 Matches nach der Runde Oh, sorry Jungs, wenn ich noch eine Runde davon gewinne Wenn ich noch eine fucking Runde davon gewinne Dann Das sieht so gut aus für mich Und die habe ich gewinne mit C3 Quills noch Bin ich auf 150 Bin ich dann safe Ja, auch noch 50 Points Und 150 Points Nach 6 Matches Das ist extrem gut Ja, ich freue mich an diesem Wichs Strahler gestorben, Digga Ja, hinter safe noch mehr Hoffentlich habe ich im Endgame wieder diesen Dreck Strahler Ich muss eigentlich für den Lütjob gehen, das ist mir aufgefallen Für den Dings Ich weiß halt nicht Ob da jemand ist Irgendwo Ich sterben will ich nicht, Jungs Ich brauche mehr Points auf jeden Fall Weil die haben ca. 100 Wie viele hatten die 143 Platz 150 Ich muss aber hier hin Big oder Low Ich glaube ich noch Big Oh, da ist schon ordentlich weit weg noch, Digga Oh, ich stehe gar nicht Ich glaube ich mache es echt zu viel so Oh, ich stehe gar nicht Ich habe noch richtig gute Position, Jungs Ich bin da so strong, Jungs Und noch Brick hier Das ist alles reformt Ist halt doof hier Wir liegen einfach noch Junge Wir liegen fucking, wie viel, wie viel ist das jetzt? Wir liegen einfach ordentlich aus Der Typ schimmelt da drinnen Fucking Maisfelten Ich habe ein Pad, ich glaube ich use das auch Was soll ich Slate usen, Jungs? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Der Typ, der Oh, es ist sogar der von vorhin Der gibt es auch noch Der Typ fällt ihm Ich fahrt bis er rotiert Ich kann easy rotieren Es ist free Ich fahrt bis er rotiert Vielleicht nehme ich auch noch 2-3 Points mit Ich fahrt, Digga Ich fahrt, Digga Ich fahrt auf jeden Fall Er ist rotiert, Digga Er hat den Strahler, Digga Ich brauche diesen Strahler, Jungs. Überall reingucken, Digga. Vielleicht irgendwo rumliegt. Habe ich nämlich ganz vergessen, Digga. Nach dem Strahler zu gucken. Hätte erst gefühlt Menschen schalten manchmal. Ich muss jetzt schon mitgehen, Jungs. Ich muss jetzt schon mitgehen, Jungs. Ich brauche den Strahler. Ich brauche den Strahler. Ich habe einen Heavy-Snipe. Oh. Den kann ich halt auch nicht sehen. Ich kann nicht snipen. Den Brick muss ich reformen, glaube ich. Ach so, Lost eigentlich. Das kommt mit Lost. Warum baue ich denn mit Brick, Digga. Wenn ich einen Stein bauen kann. Das ist so dumm, Jungs. Das ist so dumm. Der Typ hat 13 Kills, Digga. Das ist ja so bescheuert, dass er mich vorkommt. Was soll ich da machen? Das ist ja... Hey, das verstört das ganze Turnier, Jungs. Das verstört das ganze Turnier. Das verstört das ganze Turnier. Dieser Strahler. Das ganze Turnier. Wie bekomme ich den? Wie bekomme ich den? Okay. Ich muss es riskieren, weil dann habe ich eine Runde mit richtig viel Kills, so wie es aussieht. Ich habe die ganzen Kills durch die Chimara-Starter gemacht, also keine Ahnung. Platz 150 hat gerade, 150, ich habe es nicht gesehen, ca. 150. Alles noch drin. Ich darf halt keine einzige Runde, also ich muss es wirklich lieber landen, denke ich, aber ich darf keine Runde. Irgendwie will ich sterben, weil ich versuche nur einfach, es ist belieber. Entweder das geht klar und ich bin direkt auf 150 oder ich verkack's und das war es komplette mit der Runde. Von den vier Runden, die ich jetzt habe, noch zwei Wins oder so, scheiße. Ich guck, die sind gestärkt, die auch alle sind, Olli, weil die alle vor den Klinaren gehen. Im Pick-Ex-Fancy-Cup war das geschützt gut, hier ist der Gemara-Starter, okay. Der beamt halt komplett. Wenn ich den habe, ich renne so weg, ich habe vor allem Angst, ich will einfach nur im Endgame peaken und dann fielen 500 Kills und damit. Das ist dann weg zu halt. Hä, Ankren? Hallo? Warum nicht Ankren? Als ob niemand weiß, wie man den bekommt. Ist überhaupt noch da? Der Bot. Ist jetzt nicht mehr da. Dass der auch mich auf beamen musste, Digga. Der ist halt voll auf mich gegangen, er glaub los. Der Typ. Komplett cringe. Zweimal wurde ich vom Chimara-Strahler penetriert. Digga, wäre da nicht gewesen, Jungs, ich hätte safe so viel mehr Punkte. Klar, ich habe zwar einmal gewonnen wegen dem, aber trotzdem halt, keine Ahnung. Ist halt übelst dumm, finde ich. Ich muss irgendeinen töten mit dem Chimara-Strahler. Das ist jetzt meine Mission. Da kriege ich absolut die meisten Kills, Digga. Ich bin mal wieder ein Win, aber ein Win da knallt. Mit vielen Kills. Hab ich das damit vorhin eigentlich überhaupt mitgenommen? Ich glaube, ich habe die Chimara gar nicht mitgenommen. Ist das der Bot? Ist das der Bot? Komm, Jungs. Ich bin liebterin. Ich bin liebterin, dass ich den bekomme. Ne, ne, fuck. Das ist die komische Sunny, ist das? Der kann hier aber auch nicht reden. Hm, Goldene Heavy. Muss ich eigentlich nehmen. Ich glaube eigentlich gegen die Crashpads Wie kriegt man den fucking Chimera-Strahler? Wenn ich das rauskriege Ich glaube echt Holly Ich glaube wirklich Holly Ist das Deswegen gehe ich jetzt auch noch Holly Und was ist das, Träger? Oh Gott Oh Gott Gott Je Vielen Dank. Ich weiß auch nicht ob es nur einen gibt oder so. Ob es mehr oder so gibt. Wenn es mehr oder so gibt. Wohntelbiss soll trotzdem, ne? Ja, aber wo kriegt man den... Ja, Holly war doch eigentlich immer mit dem Bot voll. Die posten ja auch nicht mehr hier. Irgendwoher muss man den herbekommen. Ich wollte nicht sagen, ob die ist richtig wichtig. Ich weiß nicht. 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 Zocken, Alter. Ich gucke jetzt erstmal quick, Digga, wie viele Points sie haben. Jetzt mal vor, ob es in den Shop ist, Digga. Ich hoffe, ich muss mich nicht von den Bereichen. Wie hier die Superhelden-Skins, Digga. Natürlich. Natürlich. 85er ist drin. Jetzt gucken wir mal auf FN-Tracker, Jungs. Und gucken mal, Digga. Verkrasse in drei Runden knapp 100 Punkte gemacht. Jetzt in den letzten zwei Runden ein bisschen gepoppelt. Aber alles gut. Kann ich ja nichts dafür, Digga. Zweimal. Zweimal vom fucking Kimara-Strahl-Opten. Zwei fucking Mal, Digga. Die haben jetzt... Ja, ne, die holen, Digga. Was ist denn los? 160, 160 Points. Das sind 16 Punkte. Das ist der Runde, dann bin ich wieder back. Aber das ist halt der Runde, Digga. Gut, die haben aber alle neun bis zehn Matches, Jungs. Wirklich, nach der Runde habe ich noch drei. Ja, nach der Runde habe ich noch drei Matches. Das ist eigentlich übelst viel noch, Digga. Ja, wirklich, Digga. Drei Matches, Digga, nach der Runde. Das ist extrem viel. Auch von der Zeit her extrem gut. Ich glaube, echt, das wird extrem nice. Ich brauche den Kimara-Strahler eine Runde. Dann kann ich komplett W-Kin gehen. Oh, was soll ich denn herbekommen? Ich glaube, die Mare-Strahler haben die auch alle nicht, äh, Dings, Digga. 161 Points. 186. 61. 61. Ich habe 145. Ich muss die Runde versuchen noch so viele Punkte wie möglich zu holen und dann versuchen nächste Runde komplett, ähm, versuchen, wie das erste Runde habe ich noch mal eine Runde gemacht, 20 Kiwan. Dann ist der Womme geplatzt. Ich war kurzzeitig immer Platz 200, 240, das war absolut nicht mehr. Aber die haben halt viel mehr Matches letztlich. Ich kann mir nicht vorstellen, Digga, dass die jetzt einmal irgendwie, keine Ahnung was. Was? Nein, was? Hä? Als ob der mich gesehen hat, Digga. Oh mein Gott, Jungs, ich popel gerade. Ich popel gerade die Menz, Digga, langsam gehen wir die Matches aus. Die meisten haben auch 10 bis Dings, Digga. Mal kurz was gucken, Digga. Platz Dings. 3 Matches, bloß noch Angst. Das wird extrem, ist wird extrem knapp. Ich will kurz mal gucken, Digga, weil ich warte, ich bin. Ich popel gerade, Beziehungs, ich popel gerade, bisschen. Ich bin gerade actually am popeln, Jungs, actually am popeln. Es ist nicht viel, Digga, aber ist halt was. Das ist nur 161. Ich hab auch 7 Matches jetzt. Kannst nicht mehr Matches eigentlich jetzt abhängig machen. Ich bin gerade Platz 697. What? Ich hab so verkackt. Ja, der erste, der erste, der erste, der zweite. der erste... Elfter, der zweite. Jetzt halt 17. 10. extrem schwierig ich muss wegen dem Chimara-Strahler gucken Digga ich brauch den einfach so 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 Hallo. Hallo. Hallo! Du hast mich alleine auf die Schlange zu sparen. Ah, ja. Ja. Da, da, da. Linkic. Linkic. Aber du, du? Du bist du? Hallo. Oh, ich habe mich verletzt. Ja, ich habe mich verletzt. Aber ich habe mich verletzt, ich habe mich verletzt. Okay,이야 hat mich auch okay. Es reicht nicht, ich muss governmenten, in diesem Moment sind sie. Doch, das ist nur ein傻一定. Ich habe nichtains! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020